Hallihallo! Herzlich willkommen zu einem neuen, letzten Video aus Mallorca. Ja, die Zeit geht so schnell vorbei. Wir sind mittlerweile seit zehn Wochen hier auf Mallorca und morgen nehmen wir die Fähre. Es geht nach Frankreich und wir haben uns gedacht, wir werden euch in diesem Video die schönsten Orte einfach noch mal zusammenschneiden, sozusagen ein Best-of von Mallorca. Ja. Und ja, wir haben es hier sehr genossen. Es war sehr schön. Wir gehen mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Wir freuen uns auf neue Abenteuer, aber wir waren sehr gerne hier auf Mallorca und haben uns in diese Insel verliebt. Genau und hinter uns seht ihr Tinktong. Das ist der Schlafplatz gewesen der letzten Tage und von diesem schönen Schlafplatz verabschieden wir uns jetzt. Ja. Und am Ende des Videos verraten wir euch dann, wie es für uns weitergeht. Viel Spaß. Also, bleibt dran und gespannt. Beim Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, und wenn ihr hier ganz genau alle Videos zugeguckt habt, dann haben wir vielleicht auch schon den einen oder anderen Tipp gegeben, wohin das gehen könnte. Und wir freuen uns auf jeden Fall mega drauf, weil wir waren noch nie in diesem Land, das können wir euch sagen. Ja, dann bleibt doch dran und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao ciao!